Eyo Leute, was geht? Es wird mal wieder Zeit, dass ich leide und deswegen spielen wir heute Alte 4. Das Game ist so ungefähr wie Trap Adventure und Jump King, habe ich auf jeden Fall gehört. So richtig schwer sein und ich werde total verzweifeln, aber deswegen sind wir alle hier. Okay, es geht direkt los. Äh, da lang muss ich. Okay, ich schlage Hühnchen. Okay, weird. Also es ist auf jeden Fall... Okay. Zack, komm, das schaffen wir. Easy. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, da darf ich nicht drauf. Oh, nicht so weit. Boah. Bis jetzt ist noch alles easy. Zack, wir gehen jetzt rüber. Ach du Scheiße. Äh, jetzt rüber. Oh nein. Oh, bitte. Okay, bis jetzt ist es schon ziemlich schwer. Äh, G. Mit G kann ich irgendwas machen. Stand da gerade. Ich muss bis nach ganz da hinten. Hm, das schaffen wir ja niemals. Also ich hoffe, es wird noch Checkpoints geben. Weil wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ich gehe jetzt hier hin. Okay, hier bin ich sicher. Jetzt warte ich. Los. Oh, Alter, ich bin einfach zu gut. Hier warten wir. Zack. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay, das habe ich gesehen. Das ist ziemlich schwer. Alter. Okay. Ja. Shit. Alter. Als ob ich das Ganze geskippt habe. Aber hier ist immer noch kein Checkpoint. Okay, hier rüber. Nice. Ich bin nicht gesprungen. Oh, safe. Nein. Wie kriege ich das? Muss ich es abschießen? Habe ich das jetzt? Als ob ich das schon wieder geschafft habe. Alter, ich bin einfach Profi. Okay, was ist hier jetzt? Das checke ich gar nicht. Ich glaube, man kann direkt darüber springen. Nope. Ah, okay. Okay, anscheinend muss ich diesen roten Ballon da abschießen, wenn der kommt. Zack. Ja, okay. Ist doch okay. Ist doch gut. Hier hin. Als erstes ist ich hier hin. Oh, die werden immer dünner. Oh, zack. Oh, Junge. Das habe ich mir eigentlich chilliger vorgestellt. Zack. Oh. Ich brauche ganz dringend diesen Checkpoint. Ohne diesen Checkpoint. Das ist übel nervig. Was ist eigentlich das? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Es gibt ja noch den Weg. Ich versuche es mal. Ich versuche es mal. Nope. Okay. Okay. Dann halt nicht. Nice. Ich habe es. Ich habe den Savepoint. Oh mein Gott. Okay. Das kann ich. Das kann ich. Zack. Und jetzt drauf. Okay. Okay. Das ist nicht gut. Egal. Wir haben gesaved. Und zack. Nice. Richtig. Nein. Fall nicht runter. Oh mein Gott. Und jetzt wieder das hier. Der war noch weit weg. Und der war jetzt eigentlich direkt vor mir. Oh. Was? Okay. Oh. Das ist gar nicht gut. Kann nicht. Ich kann schon direkt da drüber, gell? Ich würde auch ehrlich gesagt. Okay. Ich spring mal hier weiter. Okay. Nice. Kann ich direkt schon rüber? Ich glaube nicht. Komm. Schnell weiter. Oh. Oh mein Gott. Alter. Wir sind immer weit. Okay. Ich gehe jetzt. Jetzt drauf. Spring. Zack. Und rüber. Alter. Easy. Genau. Und jetzt drauf. Und jetzt rüber. Wir sind übel weit. Aber wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich einfach komplett am Arsch. Okay. Auf die darf ich nicht drauf. Deswegen. Oder? Schleuert mich das da rüber. Ähm. Was? Warum bin ich wieder am Spawn? Ich gehe mal den Weg jetzt lang. Nope. Okay. Nope. Oh mein Gott. Und jetzt muss ich springen. Nope. Nope. Okay. Das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Oh. Steh auf. Okay. Oh. Ich bin schon 21 Mal gestorben. In 16 Minuten. Alter. Ich glaube, das ist gut. Oh mein Gott. Das ist Checkpoint. Nice. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh. Schnell einsammeln. Zack. Wir machen mal den schweren Weg. Wir gehen mal hier unten lang. So. Äh. Okay. Schläge. Tür. Und. Jetzt. Zack. Okay. Hat geklappt. Hat geklappt. Okay. So. Ist da was runtergefallen? Ach. Fische. Kann ich die abschmeißen? Alter. Oh. Oh. Alter. War das ein Bait. Ich weiß gleich, wo ich hin muss. Oben? Was hat mich abgeschossen? Ich will es mindestens noch einmal bis zu den Fischen schaffen. Das geht doch noch. Okay. Zack. Oh nein. Jetzt bin ich wieder tot. Oh. Doch nicht. Nice. Okay. Gut. Wir sind gleich bei den Fischen. Das ist sehr, sehr gut. Dann müssen wir aufpassen. Was hat uns denn abgeschossen? Das sehe ich. Ich check. Lol. Da hinten. Zack. Und wir sind wieder drauf. Nice. 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 Jetzt beeilen. Zack. Und wir gehen mal hier runter. Okay. Jetzt aber beeilen. Ja. Die schießen wieder. Okay. Komm. Jetzt schaffen wir es. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich bin jetzt richtig weit gekommen. Ich habe keinen Fehler gemacht. Komm. Jetzt kriegen wir es hin. Zack. Erster. War ich noch. Zack. Zweiter. Direkt der nächste. Bam. Hier nur ein bisschen springen. Genau. Der nächste. Ist soweit. Okay. Jetzt auf den hier. Sehr gut. Und jetzt direkt rüber. Und hier drauf. Nice. Außerum. Ab hier ist es nicht so schwer gewesen. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Wir kommen gut durch. Wir kommen gut durch. Wir sind gleich wieder da. Bei den Fischen. Jetzt hier hoch. Dann hier hin. Und hier rüber. Oh. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben es wieder geschafft. Jetzt aufpassen, dass wir nicht von einem Fisch geslappt werden. Ui. Ja. Genau. Und hier hoch. Und wir gehen runter. Wir gehen runter. Ich weiß jetzt nicht. Ah ne. Wir hätten oben hin müssen. Gell. Stehe wieder zurück. Stehe wieder zurück. Hätten wir. Ist unten auch eine Option. Oh mein Gott. Okay. Wir springen direkt. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Verstecken. Okay. Jetzt checke ich es. Oh. Wir wollen den Checkpoint. Oh. Nice. Okay. Komm. 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 Okay. Wir haben es gesaved. Oh mein Gott. Wir sind übel weit. Schnell weiter. Schnell weiter. Schnell weiter. Ey. Ich habe so Schiss. Äh. Wo muss ich hin? Hallo? Hallo? Oh. Was? Achso. Ja klar. Aha. Ich muss dann ja jetzt gleich schon rauf springen. Wenn die aus dem Wasser kommen. Also genau jetzt. Ah. Natürlich. Und jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen. Nee Digga. Alter. Ja. Wir sind schon gut weiter gekommen. Ich würde sagen dann wenden wir das Video hier. Also wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Kommentiert das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. Okay. Okay. Zack. Äh. Warum? Warum liegt da meine Leiche immer noch? Alter. Ey. Am Ende werden hier so viele Ritter rumlegen. Ich sag's euch.